Neulich schrieb mir eine Frau, dass sie es nicht ertragen kann, wenn sich Leute in ihrem Umfeld streiten. Sie würde schon generell versuchen, solche Menschen zu meiden, weil sie möchte, dass alle liebevoll miteinander sind. Also braucht sie Harmonie. Und dann stellte sie die Frage, wie ich mich in solchen Situationen verhalte. Ist einfach alles so gut, wie es ist? Bin ich völlig unbeteiligt? Oder was kann man da tun? Hallo ihr Lieben. Manchmal befinden wir uns in Situationen, da fühlen wir uns alles andere als wohl. Es kann sein, dass wir auf einer Familienfeierlichkeit sind oder im Kreise von Freunden und irgendwelchen Bekannten und plötzlich beginnen irgendwelche Leute, sich zu streiten. Und es wird vielleicht sogar richtig heftig. Und möglicherweise wird auch geschrien und es werden Beleidigungen ausgesprochen und irgendwelche Vorwürfe fliegen hin und her durch den Raum. Man könnte natürlich von vornherein sagen, was habe ich jetzt suchen, mit einer solchen Unbewusstheit will ich nichts zu tun haben. Und wie ich schon im Intro sagte, hatte die Frau vielleicht ein ähnliches Gefühl. Sie hat den Wunsch, dass immer alles harmonisch verläuft. Sie kann es nicht ertragen, wenn Leute sich streiten. Sie würde am liebsten ihren Frieden haben. Also was kann man hier machen? Zunächst ist es einmal hilfreich zu erkennen, dass es eine absolute Harmonie, einen absoluten Frieden nicht geben kann, weil hier alles in der Dualität läuft. In dieser scheinbaren Welt der Gegensätze von Plus und Minus, von Gut und Schlecht, von Du bist böse und ich bin lieb oder ähnlich. Da habe ich schon oft drüber gesprochen. Wenn alles auf einen der beiden Pole zusammenfallen würde, das wäre dann die absolute Harmonie, würde das Leben seine Spannkraft verlieren und noch mehr, es würde vollkommen verschwinden. Also aus dem Unmanifesten hat sich ja das Manifeste aufgespannt in einer gewissen Weise und so läuft dann alles, was hier geschieht, zwischen einem gewissen Spannungsbogen hin und her. Und das können natürlich verschiedene Facetten des Lebens sein, verschiedene Farben, verschiedene Stimmungen, verschiedene Friedens- oder Kriegszustände, alles mögliche, was Du Dir vorstellen kannst, was sogenannte scheinbare Gegensätzlichkeiten erzeugt. Also muss es das geben. Und man kann auch nicht einfach so sagen, Du ziehst es in Dein Bewusstseinsfeld, wenn Du schon viel bewusster und friedfertiger wärst, würdest Du nur noch friedfertige Leute treffen. Das ist absolut nicht der Fall, das kann ich Dir aus eigener Erfahrung mitteilen. Also sei ganz beruhigt und mach Dir da keinen Stress, dass Du irgendwie noch es vorhaben musst, als spirituell suchender Mensch, dass Du den absoluten Frieden in Dein Leben bekommst. Es reicht es mal zunächst, wenn Du den inneren Frieden in Dir findest und dann strahlt das auf das Außen aus und das, was Du dann erlebst, wirkt im Ganzen friedlicher. Du kannst dann sogar in Konfliktsituationen einen gewissen Frieden empfinden. Das bedeutet also konkret, dass Dir immer wieder solche Situationen begegnen werden, wo es auch mal zu Unfrieden kommen kann. Die Frage ist nur, wie Deine Geisteshaltung dazu ist, wie Du Dich in Deinem inneren Frieden befindest. Wenn Du sehr im Sein ruhst, in Deiner wahren Natur, kannst Du diese konflikthaften Situationen viel besser ertragen und auch mit ihnen besser umgehen. Es kann ja auch sein, dass sich nicht nur zwei Außenstehende miteinander streiten, sondern es kann ja genauso gut sein, dass Du selbst noch angegriffen wirst und irgendeiner Sache bezichtigt wirst, die Du getan haben sollst oder auch nicht. Also erkenne, dass dieser Unfrieden ein Lärmmeister ist für Dich. Es geht nur darum, eine gewisse Reibung zu erzeugen innerhalb Deines Gewahrseinsfeldes, in dem Du spirituell wachsen kannst. Wenn Du in einer Situation bist, die Dir nicht gefällt, kannst Du natürlich versuchen, die Situation zu ändern oder die Streithinne zu besänftigen mit Worten, die Dir vielleicht gerade so aus dem Herzen einfallen. Und wenn das nicht geht, kannst Du die Situation verlassen. Du sagst einfach, ich habe da keine Lust zu und verlässt den Raum, aber das bitte nicht zickig oder irgendwie hochnäsig, sondern in Ruhe. Sag einfach, ich brauche das jetzt nicht und geh weg. Oder wenn das nicht geht, musst Du die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Das kann ja manchmal sein, dass Du irgendwo mit den Leuten vielleicht eingesperrt bist und die streiten sich und Du kannst gar nicht weg. Das ist natürlich nicht eine glückliche Situation, aber selbst da kann man einen inneren Frieden finden. Mir ist es mal geschehen, dass ich irgendwann mit meinem Hund in den Wald spazieren gegangen bin und dann sah ich auf dem Feldweg wieder einmal Glasscherben liegen von irgendwelchen Flaschen, die vielleicht irgendwelchen jungen Leuten an einer nächtlichen Party da liegen gelassen haben. Vielleicht ist irgendwann was kaputt gegangen oder sie haben die Flaschen geworfen und dann lagen Scherben auf dem Weg. Und zuerst merkte ich, wie sie etwas in mir regte, eine Art Verärgerung nach dem Motto, können die das nicht wegräumen oder können die sowas nicht unterlassen, weil mein armer Hund könnte sich ja die Pfoten daran aufschneiden. Das ist natürlich richtig, aber was dahinter steht, ist nicht nur die Verletzungsgefahr, die man da selber hat, sondern das Gedankenmuster, es soll nicht so sein. Du kennst es vielleicht auch, du gehst in die Umwelt, in die Natur, das ist jetzt ein Beispiel jenseits der Streitsituation, aber das kann ich gut als Modell benutzen, um dir was daran zu zeigen. Du siehst also irgendwo ein Stück Müll rumliegen, vielleicht eine Plastiktüte oder irgendwas und sofort denkt es in dir, das soll nicht so sein, es soll anders sein. Ich will nicht, dass es hier verdreckt ist, ich will, dass es ganz ordentlich ist und dass die Blumen und das Gras und die Bäume leben können, dass sie atmen können, natürlich. Und das ist doch ein hehres Anliegen, aber das, was dich wirklich quält, ist nicht, dass eine Tüte irgendwo im Wald rumliegt, sondern dein Gedankenmuster, es soll nicht so sein. Aber das Leben macht immer solche Dinge. Es befindet sich hier zumindest in einer Polarität, also hier passieren auch Dinge, die wir als nicht so gut bewerten würden. Es gibt alles mögliche an Katastrophen, an Unglücken, an Streitigkeiten, auch an Umweltverpestung und so weiter. Und wenn wir damit im Unfrieden sind, sind wir auch gar nicht in der Lage, richtig zu handeln, jedenfalls nicht konstruktiv genug. Natürlich kann uns unsere Wut, unsere Verärgerung über irgendetwas auch eine gewisse Kraft geben, aber ab einer gewissen Schwelle führt es zu einer Lähmung oder zu immer gleichen Verhaltensweisen, die nicht wirklich weiterkommen. Wenn du zunächst sagst, ja, das ist jetzt so, wie gehe ich dann damit um? Das ist eine viel konstruktivere und bewusstere Lebensführung. Alsgleich zu sagen, nein, das soll nicht so sein, ich will das nicht, hört auf, das darf nicht sein. Doch es darf sein. Und warum darf es sein? Weil es schon so ist. Das Sein, das du bist, hat sich auch als dich hier manifestiert und das Sein, das du bist, hat sich auch als alles hier manifestiert, mit den sogenannten Gegensätzlichkeiten auch. Also geschieht es einfach. Die Kunst des Lebens ist es, in eine eigene Harmonie zu kommen, in einen eigenen Frieden und zu erkennen, dass die Dinge so sein sollen. Das dient alles deiner Bewusstwerdung. Es will dich nicht ärgern. Auch die Streithähne in dem Raum, wo du gerade bist, wo der Zoff abgeht, die wollen dich nicht ärgern. Die wollen dazu beitragen, dass du bewusster wirst. Vielleicht ist denen das nicht bewusst, aber es kann dir egal sein. Es ist alles du. Auch die Streithähne sind du. Das sind Manifestationen deiner eigenen wahren Essenz. Wie der Ozean, der Millionen verschiedene Wellen wirft, die alle anders aussehen und auch andere Dinge machen. Und doch bist es auch du. Also kannst du, wenn du das wirklich erkennst und anfängst zu fühlen, aufhören damit, die anderen Äußerungen des Seins, also die anderen Manifestationen, anzugreifen. Und wenn dir das gelingt, wenn du also immer mehr erkennst, ja, auch die beiden Streithähne dort sind ich, in irgendeiner gewissen Weise, siehst du die ganze Sache schon anders. Und vielleicht wird dann auch durch deine andere Betrachtungsweise die Situation entschärft. Es ist ein grundlegender Unterschied, ob du eine Situation oder einen Menschen mit Liebe anfasst oder mit Vorwürfen und mit dem Willen, etwas zwanghaft zu verändern. Also, dass du den anderen oder dem Leben oder der Lebenssituation etwas aufdrücken willst, deinen kleinen Willen, den es scheinbar gibt. Den es in Wahrheit natürlich nicht gibt, aber es scheint hier so zu sein. Es ist ein elementarer Unterschied. Handel aus der Liebe heraus, aus der Liebe des Erkennens, was du in Wahrheit bist. Diese Definition habe ich schon öfters genannt. Ich sage sie aber nochmal. Bedingungslose Liebe ist das Erkennen des Einsseins im sogenannten Anderen. Das kannst du ja gleich gerne nochmal zurückspulen. Und diese Art der Liebe ist die einzige Liebe, die keine Urteile kennt, die alles durchdringt, die alles mit einer warmen Hand, mit einem warmen Herzen anfasst und umfasst und einschließt und nicht ablehnt. Das ist ja das Bedingungslose. Also schließe auch die Streithähne und diese unharmonische Situation in deine Liebe mit ein. Und dann kann sich schon die ganze Situation transformieren. Und wenn sich das nicht transformiert, transformierst du dich. Und das ist das Allerwichtigste. Alles bist du. Harmonie hier kann es nicht geben, weil es sonst hier kein menschliches Leben gibt. Es geht darum, in einem Erfahrungsfeld einfach damit umzugehen. Und alles zu genießen und auch spielerisch zu genießen, was dir geboten wird. Nimm also nicht alles so ernst. Nimm es leichter, was dir passiert. Stell dich auch den Situationen. Denn deine wahre Essenz kann nicht angegriffen werden. Du bist unverletzlich. Du bist das eine zeitlose, unsterbliche Sein. Manchmal funktioniert das Leben etwas eigenartig. Du bekommst bestimmte Situationen so lange auf dem Teller präsentiert, bis du sie integriert hast. Das heißt konkret, bis du sie nicht mehr ablehnst. Bis du sagen kannst, ja, das ist so. Und ja, jetzt schaue ich mal, was ich daraus mache. Und schwuppdiwupp brauchst du die Situation nicht mehr. Die Lehrmeister können den Raum verlassen, die Streithähne hoffentlich auch und du kannst ihnen erstmal die Türen und die Fenster zum Lüften aufreißen. Nimm alles leichter. Du bist das eine Sein. Akzeptiere das eine Leben, so wie es sich hier in der millionenfachen Form zeigt. Liebe es. Diese ewigen Angriffe, die wir führen, die ewigen Vorwürfe, das ist auch eine gewisse Besserwisserei. Ich bin schon spirituell weiter als die anderen. Warum streiten die sich? Ich habe das gar nicht mehr nötig. Davon halte ich mich fern. Jesus hat mal gesagt, Liebe deine Feinde. Damit meinte er aber in Wirklichkeit, habe keine Feinde. Die Liebe, die du bist, kann dir keiner nehmen. Du bist sie einfach selbst, unzerstörbar und heil. Erkenne das.